... Kohle hier. Junge! 1.900, ey! Jetzt kommen sie auch von der anderen Seite. Da. Perfekt. Perfekt. Ja, da baue ich jetzt aber in den Gang, baue ich da glaube ich gar nicht mal so viel rein. Aber mehr so hier in der Mitte, ne? Und wenn, dann hinten in dem Gang. Aber auf jeden Fall... ...baue ich jetzt hier nochmal... Ne, warte mal. Also ich glaube... ...dann hätte man den Level auch in den Normalzeugen können, aber egal, jetzt ist... Jetzt ist, jetzt haben wir ja so... Jetzt ist Scheiß drauf. Ah, jetzt wollte ich nochmal... Okay, machen wir mal so, das sieht glaube ich ganz gut aus. Sexy. Los geht's! Ich geh nach rechts. Ah, ja, mach noch hier warten. Mir gefällt, wie sich das... Mehr Gegenteil sind auf dem Weg. Oh, Gnolljäger von der anderen Seite. Ja. Und ich glaub, der will dich, ne? Jetzt ne mehr. Haha, wie geil. Haltet die Luft an. Gnolljäger kommt auf mich zu, Flamme geht auf, tot. Richtig geil. Ich hätte die dann... Warte mal, ich hab doch eine relativ gute Idee. Ich hab jetzt noch nicht geschossen. Ja. Jetzt, okay. Schaut euch dieser Konto an. Mehr Tote. Mehr. Mehr. Pfeile für an. Okay, jetzt fang ich mal an ein bisschen. Wie geil das ist mit den Flamendingern. Hätten wir viel eher mal drauf kommen können. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie kommen wir uns die besten Ideen hier gerade echt zum Ende des Spiels. Weil dann sicher wird es gleich auch wieder eine super Idee. Weil, je nach dieser Runde ist ja Schluss dann. Ja. Jetzt hab ich eine Idee. Und zwar, die könnte ich ja wegmachen. Ja, genau. Hatte ich gerade auch so im Kopf. Ja, ne? Dann mach ich die andere Seite. Warte mal. Du kannst ja aus der Mitte raus, weil die fliegen ja weiter bei dir. Stimmt, stimmt. Warte mal, dann mach ich. Eins, zwei. Ich steh'n weiter nach hinten. Ich mach erstmal eine Seite voll und um die andere Seite kümmere ich mich in der nächsten Runde. Boah, krass. Komplett. Oh. Okay. Es ist an der Zeit. Ja, Viewers gehen immer im Moment runter. Ist klar, Orxmaster ist nicht so der Quoten-Gigant wie Minecraft. Ne, das stimmt. Aber an sich macht das ja auch trotzdem Bock. Joa. Und das war jetzt nur ein kleines Gimmick, dass der Livestream nur an ist. Oh, diese fette Frau, ne? Das war jetzt noch gar nicht geplant, eigentlich, ne? Nö. Nö, eigentlich war das... Ja gut, ich hatte es runtergeschrieben. Und eventuell noch Orxmaster. Ja. Aber sonst ist das jetzt eigentlich quasi eine normale Aufnahme, die wir jetzt aus Juxensalerei machen und noch streamen. Genau. Aber ist ja auch als LP nicht so der Megaknaller gewesen. Also ich fand's ja lustig zum Spielen, aber zum Zugucken fand's die Leute anscheinend nur so mittelmäßig. Ja, ja, ich glaub, das war auch relativ, ähm, Pete Smitty hat's gezockt, mein Bruder zocktet. Ja. Auf dem Selbstfall, Pete Smitty war halt nicht so der Quoten-Gigant. Nö, das ist glaub ich einfach, ja, das ist halt ein Tower-Defense-Spiel, ne? Ich weiß nicht, ist die jetzt nicht so mega-spannend zugucken. Ja, denk ich auch mal. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mir Let's Play zu Orxmaster eingucken würde, glaub ich. Außer wir reden die ganze Zeit über Titten. Ja, ja, ja. Riesen- Nö, lass doch, warte mal. Warte mal, warte mal, ich muss da ein bisschen aufpassen, ich kann die ja gar nicht überall rüberschleudern. Ja, gegen die Pfeiler wär doof. Nur an, das ist hier auch Schwachsinn, nur an der Seite. Oho, weißt du was, du schmeißt die hier komplett rüber. Ja eben, an der Seite ist es Schwachsinn. Stimmt. Ich könnte höchstens von hier, das sollte auch noch klappen. So quasi. Achso, dann die komplett dahinten landen, ne? Ja, das geht. Ja, ja. So, aber mehr kann ich nicht machen, ansonsten landen sie ja quasi auf unserer anderen Seite. Das wollen wir ja nicht. Das geht. Dann gehen wir da nach rechts, dann drücke ich da. Lass uns anfangen. Du meinst halt andere, rechts hier. Und Feuerwand. Ich will nochmal gucken, wie die weg... Boah, ja, geil. Passt genau. Passt genau? Ja. Schau ich mir gerade mal an. Zumindest ist da gerade einer richtig weit gesegelt. Oho. Ja, da fliegen sie. Voll gut. Gegen die Wand und Schüss. Perfekt. So wie das muss. Lass dich mal ein bisschen in die Mitte laufen, ich will den Kronleuchter runterlassen. Achso, ja. Falls das geht. Warte mal, falls der Org... Ja, die schaffen das da gar nicht hin. So viele Tote auf einem Haus. Voll fertig. Warte ist doch mal mit nem Schädel hier. Oh, ja. Peter braucht Schädel. Boah, hat drei Stücke deine Falle gerade weggeschleudert. Krass. Die ist schon schlecht, ne? Ja, das ist geil. Ist der Hammer. Für den Boden habe ich gar nichts, ey. Ich geh mal kurz hier rechts rüber, dass ich meine Wand hierhin stellen kann. Und bitteschön. Mal selbst die Kleidviecher, die landen da. Bitte hinten anstellen. Ich mach bei dir mal noch ne Münzfresse hin, weil du machst ja relativ schnell down, ne? Ja, das musst du jetzt nicht. Das ist nur... Ich renne eigentlich nur mal hin, um direkt, wenn die Orgs rauskommen, dann meine Feuerwehr hinzustellen zu können. Damit die da direkt reinlaufen. Der erste, der... Da fliegen sie. Oh, guck mal, der ist da oben angeeckt. Einer ist angeeckt, ja. Passiert aber. Trotzdem ganz cool eigentlich. Pioniere sind hier, glaub ich, relativ egal, ne? Ja, die werden hier verbrannt ziemlich schnell eigentlich. Relativ. Oh, Schädel! Oh! Hast du? Aber ich bin gestorben beim Schädel holen, als so'n Vieh neben mir explodiert ist. Du gieriger! Ach, ja. Kleine... Kleine Sünden straft Gott sofort, ne? Na, wie heißt das? Ja. Oh, wie so Flieger, das macht richtig Spaß zuzugucken. Ja, richtig geil. Junge, Junge. Obwohl, hier könnt's ja auch noch welche hinstellen, ne? Wo? Hier. Äh, ich weiß nicht, ob die da... Hey, musst du die Münzpresse wegnehmen? Dann können die mich hier hinstellen. Aber wenn ich die jetzt hier hinter die Münzpresse stelle, dann fliegen die oben gegen die Wand, ziemlich sicher. Ach so, ja okay, dann können wir ja machen. Ja, noch kannst du stehen lassen, die Münzpresse. Noch hab ich nicht genug Geld dafür, aber die nächste Runde mach ich das dann. Sie werden alle verrennen. Warte, mach hier noch die Dinger hin. Arschlecken. Aber ich kann die Münzpresse auch hier hinmachen, warte. Genau, machst du so. Passen die denn vorne noch hin, wenn ich die hier hab? Ja. Okay. Dann passt das doch. Warte mal, ich geh hinten nach hinten erstmal. Dann kann ich direkt da wieder meine Feuerwand hinstellen. Ich war noch nie so bereit. So. Ich geh noch drei Wellen demnach. Brausam. Das ist immer ganz depp mit der Feuerwand da direkt. Ja doch, schon mal die ersten, ne? Schon mal die ersten direkt ein bisschen verbrannt dann auch immer. Bei dir fliegen sie schon wieder auf deiner Seite? Ich glaub hier muss er nur noch zugucken, ey. Jaja. Und das Level ist im Vergleich zum anderen relativ einfach wieder. Ja, die anderen tauschen sollen. Und beim anderen DLC war das ja auch so. Das mittlere Level da, das zweite, das war ganz schön hart, ne? Ja. Und das letzte ging dann wieder, ne? Ja, stimmt. Boah, krass. Drei Urga hier runter geschubbt. Junge, Junge. Wie viele waren das jetzt? Ja, die Flamer laden ziemlich schnell wieder auf und dann... Wie sie fliegen. Wie die alle auf den Heiler einkloppen, ey. Das ist so geil. Erst heilt der alle und dann werden wieder kaputt gekloppt. Oh. Oh. Okay, der geht's. Die können ja irgendwie gar nix, die kleinen, ne? Ja, die Heiler fliegen. Der ist drauf. Das macht Spaß. Der geht's nicht. So, was mache ich jetzt als nächstes? Haben wir noch ein bisschen Platz hier für ein, zwei Wurf? Ja. Das ist schon ziemlich fies. Perfekt. Machen wir mal so. Obwohl, hier machen wir hier vorne noch einen Flamer hin. Jawohl. Wo ich gerade stehe. So. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Geld fürs Zweifel. Aber dann lass ich die hier schon mal anrüsten. Ey, guck dir mal an, wie wir hier aufgerüstet haben, ne? Ey, das ist ein Traum. Die kommen nicht mehr über die Rücke rüber. Ne. Okay. Warte mal, warte mal, bevor du auf G drückst, lass mich erst mal an meine Ecke gehen, dass ich die Wand wieder machen kann. Okay, das würde gehen. So. Und G. Es ist soweit. Komm mir her. Bucci, Bucci, Bucci. Doch, bei dir lohnt sich das noch nicht. Jetzt. So. Okay. Bam. Ich geh mal wieder gucken, wie sie fliegen. Ich find's toll. Ja. Perfekt eigentlich, ne? Ja. Na ja, da kommen ja die Dicken hier. Okay, die Dicke sind schon wieder weg. Und sie fliegen. Und die werden verbrannt. Da brauchen wir noch zu gucken. Also die hierbeseite ist auf jeden Fall OP schonmal. Obwohl hier die auch. Guck mal. Alle OP, ey. Da brauchen wir echt, also du hast das so aus Spaß gesagt, aber da brauchen wir echt nur noch zu gucken. Es ist wirklich, es ist einfach so, brauchst du nur noch zu gucken hier. Ja, den, den hätten wir doch ja nochmal geschafft. Ohne Probleme. Junge, Junge. Hier fliegen sie auch wieder auf der Seite. Wüssten sie zumindest das gleich wieder. Ja. Oh Mann. Oh, da fliegen sie. Oh Mann. Oh, wie weit immer fliegen und wie viele vor allen Dingen. Ja. Immer so in Vierer-Truppen. Die Dinger sind echt der Oberbürner. Voll die Goldgruben, wenn die da abheben. Das arme Hühnchen. Oh, das kann man gar nicht töten, ne? Ne. Hühnchen ist immun. Hühnchen ist ja auch super. Jeder mag Hühnchen. Nein, zählt Feuer! Oh, noch vor. Uah! Meiner! Verdammt! So. Also, die haben keine Chance mehr hier. Es wurde Ravathemon, da war ein schon drin. Ich war noch nie so bereit. Oger, Junge. Oh, jetzt kommen direkt ein paar Oger hier. Gut. Werden direkt gedowned. Okay. Die Olle wurde wieder zum Oger, aber ist glaube ich besser. Ja, Oger ist auf jeden Fall besser als die Kackdinger, da. Das gab einen kleinen. Oh, ein gepanzerter Orkkrieger. Oh, oh, Gnolljäger. Gnolljäger ist auch schon mal besser. Ja, jetzt geht auf jeden Fall schneller down. Ein Orkkrillfest! Wie voll! Boah, krass, was der drauf kloppt. Der Fettiger. So viele Tote auf einem Haufen. Haha, das sah alles geil aus. Die fette Olle wird zu seinem kleinen Tönnis und der wird runter geschleudert. Das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Vorhin die ganzen Heiler immer von hinten, weißt du. Als ob du von vorne nicht heilen könntest. Da fällt mir auf. Das sind so ein paar Verdrescher. Ist ja nicht so, dass wir hier schon genug fallen hätten. Kommt da wieder so ein Vetter. No, er stammt mich. Neun! Okay. Er ist gehunt. Das war äußerst unterhaltsam. So, letzte Welle. Jugendliche, letzte Welle. Wo habe ich Kohle gekriegt? Ah, ja, ich baue jetzt noch irgendwie so ein Ding jetzt hier irgendwie hin. Warte, ich will die hier haben. Aber ja, ich hätte gerne noch ein paar Fallen. Und das war es dann hier auch? Komm, lass mal, pass auf, lass mal gucken. Ich setze meine Feuerwand hier hin. Dann lass mal gucken, wie lange wir hier einfach stehen bleiben können und nichts machen können. Ja, okay, bis die Heiler war... Es ist die letzte Runde. Komm, lass das mal probieren. Ja, kein Problem. Ich entspann mich jetzt. Ja, okay, dann starten wir. Ich mach nur meine Feuerwand hier vorne hin. Ja. Ich meine, wir können ja... Guck mal, wie lang der Level noch ist. Die können wir notfalls noch irgendwo anders platt machen. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Okay, die ersten fliegen schon. Da hinten kommen sie noch gar nicht. Ja, die ganzen Blitzer, die sind ja noch mehr Ecke. Und die werden auch schon fleißig weggeblitzt da hinten. Voll krass. Ja, die werden hier ordentlich weggerotzt schon. Ich meine, das ist ja eigentlich der Sinn dieses Spiels. Das alles, äh... Na, ich hau mal einen drauf hier, damit du nicht zu weit reinkommst. So. Ne, die wär aber auch nicht weitergekommen. Ne, die werden die Pfeile von hinten auf den Rücken gefallen. Ja, genau. Aber wir warten jetzt sicherer. Ja. Haben wir ja irgendwo Platz für einen, so'n... Also ich warte eigentlich nur noch auf den Schädel. Gestellt und erledigt. Ja, ich auch. Auf meinen Schädel. Aber die haben keine Chance. Also ich hab noch keinen angegriffen. Ne, ich hab, äh, ein... Ich hatte zwei Feuerbälle bisher nur geschossen. Boah. Weil man die Dicke hier zu... Zu weit rüber kam. Das war mit nix. Hatte ich keine Lust, aber... Herrlich! Vierfurt! Können wir echt super entspannt zugucken hier. Ja. Voll krass. Ich warte schon auf das Ding immer. Mehr Münzen! Wie sie als brennende Fackeln hier durch die Gegend fliegen. Er ist ganz ernsthaft ein Traum. Und tschüss. Aber ich glaub genauso muss dieses Spiel auch gespielt werden, ey. Ah, sie ist auch down. 13 plus wieder. Ich kann gleich die nächste Falle bauen. Meine Münze? Oh, schade. Mann! Doch, deine Münze. Das wird sie mental stärken! So, da hinten kommen die letzten. Ander von da war's. Das sind die letzten Heiler hier. Und das war's. Bäm! Junge! Komm, da müssen wir auch noch einen. Trotzdem nur Einschädel. Ja, bestimmt weil du gestorben bist. Ja, ja. Abgelost! Ja, ja. Wir haben ja auch auf Ampfer gespielt. Ja, genau. Stimmt. Genau, Kampagnemenü. Damit wären wir dann durch, ne? Ja, damit war's das. Wir sind fertig. Lehrling. Kriegs Morgior. Mein Gott. Auf Lehrling haben wir sie nachher noch geschafft, ne? Ja. Da war mal gut genug. Muss reichen. enthalten. Okay, das war dann soweit Orcs Must Die mit Freaky Zockt und dem V2LP. Ja, und dein nächstes Spiel kommt bestimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Tschö. Tschüss.